stellen sie sich vor sie wachen eines morgens auf und haben noch eine recht lebhafte und schöne erinnerung an den traum den sie gerade hatten in diesem traum standen sie auf einer kleinen bühne an einem mikrofon mit irgendeinem verschwommenen instrument in der hand sie können zwar singen und spielen seit frühester kindheit klavier aber irgendwie sehen sie natürlich sofort die lücke zwischen dem traum und der realität das instrument im traum war nämlich definitiv kein klavier wie bringen sie also das vorhandene wissen und dieses bild zusammen ohne als karikatur ihres traums zu enden könnte man vielleicht irgendwie vom traum vom instrument ablenken zum beispiel mit der frisur ganz blöde idee gibt es noch weitere wege mein name ist tobias gasser von den vor vikings und wir sind keine instrumentenbauer unsere passion ist aber das wegedenken unser spezialgebiet dabei sind digitale produkte und vieles von dem was dazu gehört zum beispiel konzeption design entwicklung projektorganisation betrieb die erfahrung zeigt dass in sehr vielen digital projekten entweder von anfang an oder ganz plötzlich im verlauf engpässe entstehen dann wird aus der ursprünglichen motivation ein spezielles problem zu lösen schnell ein teurer zeit und nerven raubender kampf mit vielen weiteren und ungeplanten problemen wir sind auch überzeugt davon dass viel zu viele gute ideen sogar komplett ungesehen in dunklen schubladen auf ein klein wenig licht warten das denken neuer wege kann also sowohl nützlich sein wenn sie einfach nur keine lust mehr haben daten von hand in einer excel tabelle zu pflegen sondern das ganze lieber online mit ihren restlichen anwendungen verknüpfen wollen als auch dann wenn sie gerne eine eigene internet plattform für bands bauen würden aber nicht wissen wie sie das auf die reibe kommen sollen neben vollzeit job familie mit drei kindern zwei hunden pony hof etc pp nachdem wir in vielen jahren mit international verzweigten projekten unsere liebe für pragmatische details schnelle aber trotzdem nachhaltige lösungen und ehrliche kommunikation nicht verloren haben wollen wir nun vor allem bei kleineren digital projekten für mehr ruhe für gestärkte nerven und für mehr erfolgreich umgesetzte ideen und projekte sorgen wir sind die vor wikings unsere mission ist das wegedenken für leidenschaftliche menschen und ihre ideen für eine positivere welt haben sie ein oder zwei nervige probleme in ihrem digital projekt benötigen sie jemanden zum gemeinsamen wegedenken für eine idee oder fragen sie sich einfach ob ich mit meiner frisur von irgendwas ablenken will ich freue mich auf jeden fall sie im breakout wieder zu sehen eine sache noch noch mal kurz zurück zum thema vom anfang eine von mehreren möglichkeiten wäre hier zum beispiel sie tauschen das klavier mental gegen einen elektrischen bass sie bauen dieses instrument so dass sie es mit ihrem klavierwissen spielen können packen noch ein wenig digitale magie dazu und dann müssen sie sich eigentlich nur noch auf die bühne trauen natürlich erst nachdem sie die veranstaltung über ihre eigene online band verwaltung organisiert haben vielen dank